Marvin's Mittens Weißt du was? Schubst er mich einfach um? Hat der meinen Mitten geklaut? Huh? Ja. Und damit darf ich euch begrüßen. Guten Tag. Wir spielen Marvin's Mittens. Ein wunderschönes, ich denke mal eher Weihnachtsgame. Sieht einfach aus. Aber hey, es schneit noch draußen. Es ist noch Winter. Man kann sich das noch gut antun, denke ich. Ganz agil der Junge, ne? Unsere Aufgabe ist es, unseren Handschuh zu suchen. Weil er ein Eigenleben hat anscheinend. Siehst du, wir haben nur einen hier. Irgendwas hat uns denn geklaut. Wir wissen nicht was. Wir müssen es suchen. Wir kriegen das hin. Wir sind's. Marvin. Ja, witzig dabei. Vielleicht wissen es der eine. Ich heiße Marvin. Das bin auch ich. Das Spiel wurde nach mir aufgebaut. Das ist meine Story. Die wird heute jetzt erzählt. Ich weiß gar nicht, wo ich her soll anfangen. Ich frag mich eh, warum wir jetzt hier sind. Halt schon wollte doch direkt, dass wir hier hergehen. Dann sind wir erstmal zu Hause. Vielleicht gab's noch Essen. Vielleicht mussten wir ja. Wir sind ja noch ein kleiner Junge. Kleiner Junge. Hat Spaß. Also. Ich geh jetzt. Ja, ich geh dann hierher. Gucken wir mal. Ein Baumhaus. Schlitten. Haben wir einen Schlitten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich hab mich aber nicht so wirklich. Also ich informiere mich eigentlich nie vorher bei Spielern, weil ich mich eigentlich komplett überraschen lassen möchte. Ist für ein Let's Play vielleicht manchmal nicht so gut, aber ich denke mal das wird hier gehen. Das kriegen wir hin. Ähm. Ähm. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Wir spielen heute den Schneesimulator. Haha. So. Ist hier Ende, oder? Small Forest. Okay. Guck mal, da ist ein Stachelschwein ist da, ne? Hallo. Enter. Boah, wir können aber geil zeichnen. Ist nicht schlecht, Herr Specht. Also, ich kann geil zeichnen. Ich bin das ja. Na klar. Hab ich ja alle hängen, die Bilder. Rennt er weg, wenn wir jetzt hängen gehen? Rennt er weg? Hallo? Och. Ich hab ein Scheißviech. Ach, jetzt muss ich hier. Oh, ist ja richtig Jump and Run hier. Krass. Vielleicht da. Oh. Ach, ich wollte eher noch mal unten erstmal gucken. Vielleicht auch nicht. Komm ich hier. Ach, das ist bestimmt, wenn ich runterfalle. Dann kann ich bestimmt wieder hergehen. Und ich wollte ja eigentlich grad gucken. Oh. Oh. So. So. Ich mein, klar, ich muss hier drauf, aber ich wollte da gucken, ob ich da hin kann, ob es da ein Special gibt. Aber ich denke mal nicht. Wuh. Voll schlau war ich jetzt. Ich bin auch eher der Konsolenspieler, muss ich sagen. Ich bin etwas eingerostet, was die Tastaturüberlegung hier, also was die Tastatursteuerung angeht. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, aber ihr habt hoffentlich Geduld mit mir. Kann ich jetzt hier überall hin? Oder soll ich jetzt da weitergehen? Mein Gott, wenn das unsere Mutter wüsste hier. Dass wir hier auf den ganzen Bäumen rum. Legt ihr vielleicht meinen Handschuh? Nicht schlecht, ey. Junge. Das ist ganz gut. Zau. Ja, ich hab zu dem Geburtstag bekommen. Den hatte ich letztens. Und, äh... Ja, wie die darauf gekommen, dass sie mir Marvins mitten schenken. Ich weiß auch nicht. Das ist ein Mysterium. Das bleibt für sich. Haben wir das jetzt? Was das? Ja, wir haben den alten Forest gelöst. Haben wir jetzt irgendwas verpasst? Ich hoffe nicht. Das ist der Schlitten. Vielleicht können wir den ja nehmen. Schlitten! Ich will den Schlitten haben. Das ist... Ah, das ist unser... Ist das unser Schneemann von eben? Ja, ne? Sind wir schon wieder hier? Ich hab ja grad so gerade so geschafft jetzt hier. Na, da komm ich jetzt... Nein, da komm ich jetzt nicht hin. Ich muss bestimmt... Ah, es hat ja vorgelohnt jetzt da oben drauf zu klettern. Hallo Schneemann! Kann ich irgendwas mit dem machen? Nein. Okay. Gut, dann nicht. Hoch, hoch, dann... Hoch, 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 hoch. Kann ich jetzt da weiterspringen? Ich will den Schlitten haben. Aber ich glaube nicht, ne? Sieht mit nichts daran aus, ne? Dann kann ich wieder hoch, also ich geh lieber hierher. Wir sollen ja auch nicht... Ah, was ist denn? Also... Nicht, dass es ein Faden ist jetzt von meinem Handschuh. Kann ich da eigentlich hin aufheben? Hm. Ja, wenn ich hier irgendwas verpasse, sag mir das ruhig. Also ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Aber ich find's ganz süß gemacht. Also... Auch die Zeichnung so an sich so... Wie er mit den Armen so flattert. Was? Auf dem Vogel jetzt verjagt war das schlecht. Warum war ich jetzt überhaupt da oben, oder? Wenn ich den Faden finde? Ich hab schon wieder den Faden von über mir. So... Ja. Ach... Wo wohnen wir denn? Mitten in nirgendwo? Hier hinten ist gar nichts. Ich wiederhole es nochmal. Wir müssen eine... sehr herausragend... ähm... nette Mutter haben, dass sie uns hier... alleine im Schnee tollen lässt. So weit weg von zu Hause. Die Rolling Drifts. Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen, rollen. Hm? Die Musik hat sich verändert. Kann doch nicht stillhalten. Vielleicht müssen wir mal... den Schnee ein bisschen gelb machen. Lala. Ein Fuchs. Können wir den zeichnen? Zeichnen den Fuchs. Ja. Ich glaube, das habe ich mit dem Vogel auch eben... ähm... ein bisschen versaut. Ja. Da fehlt die 2 von 11. Ich hoffe, da habe ich nochmal die Möglichkeit zu. Jetzt flüchte, Fuchs! Hauptsache, der gräbt sich einfach den Boden rein. Okay. Guck ich da hoch? Hm. Wenn, dann habe ich vielleicht noch nicht die Fähigkeit. Vielleicht fehlt mir nochmal ein Jetpack. Kann ja alles sein. Hm, hm, hm. Da so steht jetzt... das Spiel daraus, Tiere zu zeichnen und meine Handschuhe zu finden. Ich weiß halt nicht. Acht mir nicht aus, wenn es nicht so ist. Ach. Das war ja ein toller Abschnitt. Ich habe die Hälfte verpasst. Aber ich... Wir haben ja noch Zeit. Wir können ja, glaube ich, immer wieder zurückgehen. Können wir zurückgehen? Ja. Wir können zurückgehen. Okay. 11-Camp. Aha. Achso. Aha. Ich frage mich schon wieder nicht hoch hier. Meine Fackel. Ein Schaufelsymbol. Haben wir eine Schaufel? Haben wir ein Inventar? Ich gucke mal eben hier. New Game. Sketches. Controls. New Game. Kann man so Zeichnungen angucken? Das wird zwar ziemlich gut machen. Vor allen Dingen mit einem Handschuh in der Kälte hier. Und dann zeichnen wir einfach mal sowas. Nicht schlecht. Aber sonst... Ich möchte die Fackel gerne mitnehmen. Die ist warm. Ah, unsere Mutter hat uns ja gesagt, wir dürfen hiermit vorher spielen. Das ist ja schon richtig. Zelte. Mhm. Ja. Hier soll ich graben, oder wie? Ich glaube, uns fehlt noch einiges. Ich glaube, wir können hier überall nochmal hin und dann... Ach guck mal, das sind so kleine Elfen. Hallo. Hallo. Ach, die haben auch ihre Handschuhe verloren? Hier ist ein Handschuhräuber unterwegs. Aha. Warum klappt man denn nur Handschuhe? Unterhalten sie sich? Lästert ihr über mich? Hallo. Hm. Ja, ich glaube, die denken auch, dass hier irgendwas im Gange ist. Ja. Wir sind der Held der Mittens. Was? Die Kraft der Elfen! Kann ich jetzt fliegen? Hier, was? Space? Springen. Aha. Deswegen kamen wir da hinten eben auch nicht hoch. More ice, more fly. Uh. Uh. Verliere ich das Eis denn wieder, wenn ich fliege, oder ist das jetzt... Wie ist das für immer? Moment, ich muss jetzt eben nochmal ein bisschen... Yeah. Ich bin echt der... Oh. Ich hab's doch nicht so ganz drauf. Uh. Ach, da kann ich drauf. Das muss mir auch immer jemand sagen, hier. Ach, ich bin... Es gab da noch so gerade. Uh. Mach ich jetzt so? Ja, das geht auch. Wie sammeln sie alle? Ja. Ja. Wie ist das für immer... Wie ist das für die Elfen? Ja. Ja. Die haben mich ja eh schon gefragt, wie wir dann da... Ähm. Das klappt noch nicht so richtig. Wir brauchen mehr Eis. Die Frage ist jetzt... Kriegen wir so den Schlitten? Ich würde sagen, wir versuchen das. Wow Wie ein Jedi Marvin Time to come in Okay Oh nein, wir suchen mal bei unseren Handschuh Ich hab dich gerade noch gelobt, Bruder Super schön Unser Erlebnis vom Tag Lassen wir nochmal Revue passieren Wir träumen schön Damit am nächsten Tag Unsere Suche weitergehen kann Unser Haus Unser Leben Zieht an uns vorbei Und die Kindheit ist viel zu schnell zu Ende Ach, ist das schön Na, weiter geht's Tab Ah Aha Small Forest, was? 0 auf 9 Das ist die Eisdinger, oder wie? Ja, 20 von 47 Denken wir, das wären die Eisdinger Das ist die ganze Welt hier Anscheinend können wir auch einmal im Kreis gehen Wie das aussieht Also ist es eigentlich egal, wo wir hergehen Aber hinten hinter den Bergen Wo die sieben Zwerge wurden Da hinten, die sieht so ein bisschen böse aus Was ist das da? Wo die Wolken sind Seht ihr bestimmt, ne? Da ist bestimmt mal mitten Aha Oder was wir sonst so gut gezeichnet haben Ist die Karte eher Naja Eben so hingekritzelt, ne? Kann ich jetzt hier was machen? Dann kann ich mir das nur angucken Ich kann mich nur angucken Ich hoffe, wir werden alles sammeln Also ich werde mich anstrengen Ich weiß nicht, ob ich es schaffe Oh, meine Hilfe Yeah Wow Lass uns auf ein Abenteuer gehen Aber Ah, das habe ich noch eben noch Aber erst in der nächsten Folge geht es weiter Ja, doch So ist das im Leben Man muss auch mal warten Geduld haben Damit man fliegen lernt Ich hoffe, ihr hattet Spaß Ihr könnt mir gerne ein Like geben Oder irgendwas Wenn es euch gefallen hat Wenn nicht, dann Gebt mir mal trotzdem ein Like Und sagt mir, was euch gefallen hat Dann kann ich das bestimmt verbessern Weil ich bin ja, ähm, ne? Ich kann sowas ja Ah, ja, den haben wir schon gezeichnet Haben wir den jetzt für immer hier? Das ist unser Haustier Kommst du mit? Ah, das werden wir noch erfahren Gut, dann bis zum nächsten Mal Bei Marvin's Mittens Tschüss